Hallo und herzlich Willkommen zu TTT mit Ria Navocra, Mr. Wanwa, Vibra Trafalgar, Cyberbot Elpe, Dori 1998, unser Meisterdetektiv Exxon und Jolo. Hallo. Nicht nachdenken? Exxon nicht nachdenken, einfach nicht nachdenken. Nein, nein, nein. Oh. Ey, hier ist immer gestorben. Lass mich mal ganz kurz annehmen, ich habe hier gerade krasse Verzögerung. Ja, ich hatte gerade FPS von 2. Das tut mir leid. Deswegen, ja, ich habe hier gerade irgendwie... Irgendjemand, der hier aufs Fass geschossen hat, ist Jader Flory. Ich war nicht. Nein. Ne, Flory war es nicht, aber es war jemand anders hier. Ich bin bei Navo. Okay, Navo und Reba waren auch hier. Irgendeiner hat aufs Fass geschossen. Ach du Scheiße, ich glaube ich bin der Tod. Ich glaube ich bin der Tod oder auf dem Mond. Okay, da hat jemand auf dich geschossen gehabt, aber wo bist du? Ich habe geschossen, du Nase. Wo bist du runtergekommen? Ach, das ist ein Traitor-Tester gewesen. Wo? Irgendeiner hat gerade einen Inno-Töte. Auf jeden Fall war das der Cyberbot. Cyberbot war das? Ich habe nicht gesehen, von wo der Schuss kam, aber Flory war es nicht. Also wenn ihr gleich so ein Ding seht, was... Kannst du mich DNA nehmen hier? Ach so. Okay, wenn ich glaube es ist Reaper, geh einfach weg. Wenn ihr so einen Kasten seht, der aussieht wie die Zeitmaschine aus Doctor Who, dann ist das eine Traitor-Tester. Dann Explosion, deswegen. Doctor Who? Das kann auch die Traitor-Falle hier sein, mit dem Kran. Nee, ja, das war's. Nee, das war's. Aber Navo kennt die Einsätze. Äh, du bist verdächtig. Okay, Jojo, du bist verdächtig. Jojo, ich bin im Move gerade. Du hast einen verdächtig. Was ist denn das? Ich glaube, ist eben nicht mal richtig im Spiel drin. Was ist denn das? Äh, Leute. Was ist denn das? Ist das ein Motor? Ey, ja. Den habe ich versucht mitzunehmen, aber ging nicht. Ja, ja. Ich weiß noch, wo deine Augen geht nicht. Der Autosniper habe ich für dich hingestellt. Ach, der Autosniper. Ja, und wenn ihr ein Fass seht, schenkt es mir. Ja. Explosives aber nur. Ich mach nur Explosives. Okay, dass hier was explodiert. Ich glaube, das war sogar ein Fass. Explosive Fässer werden nicht in die Luft gejagt. Zumindest nicht so lange Ächse, der D ist. Der D. Der D. Oh nein. Der D. Hey. Das war ein Trugschloss, dass die Leitern echt sind. Ah, hab ich schon geschossen von? Von. Ja. Von nicht mir. Von nicht mir. Der Snaei. Der Snaei. Der Snaei. Der Snaei. Ja. Hilfe, ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier einfach Snaei rumgebracht. Du bist sehr schlecht Snaei. Ach, nö. Ach, hast du auch nirgends? Was? Was? Was ist denn los? Da schleicht jemand. Exel, hast du irgendwas genommen? Dete hinter dir schleicht jemand. Fängt an zu singen. Du hast dich fast angezündet. Ich hab die Leiche angezündet. Warte, ich tapp mal kurz raus. Ich muss dich wieder lauter machen, weil du vorhin geschrien hast. Jetzt höre ich dich auf minus 17. Ja, wenn ich sterbe ist es übrigens... So. Jetzt höre ich ihn wieder. Nee, nee, nee. Was ist mit Florian? Oh, scheiße. Okay. Vanva ist tot, also es ist Narvo. Jojo, nimm mal kurz die Dingsgun hier. Hä, Vanva ist tot? Hast du die Gun genommen? Achso, nee. Die da. Die da, meinst du? Echse ist Vanva tot. Die da, die da, die da, die da. Ja, der hat gerufen. Der ist durch irgendwas Exklusives geschlafen. Ja, Jojo ist es. Okay. Ja, Jojo ist wirklich scheiße. Ich hab den falsch gegeben. Scheiße. Was sind denn noch Punkte? Ist ja mega nice. Jojo um es fair zu machen, ich bin hinter einem Zaun. Oh, er hat jetzt bitte die Punkte! Ich hab alles ausgegeben! Ich weiß es nicht. Aber danke für die Punkte, man. Jojo um es fair zu machen, ich bin hinter einem Zaun gefangen. Wirklich jetzt? Ja, aber du kannst mich sehen. Da, also ich hab euch eben auch beobachtet. Sag mal Narvo, du kommst dann auch wieder raus, oder? Nein, ich komm da nicht wieder raus. Die Leitern sind leider nicht echt. Und rechts? Wie willst du einen kommen? Oh. So, ich will jetzt fair sein. Ach, da ist sie. Also ich seh das Blutbad da oben. Kann Weeper dich nicht. Na ja so. Hä? Wieso geht die Nighthawk nicht durch, aber ihre Schüsse? Ist der Schuss durchgegangen? Ja, ist der Schuss daneben gegangen. Der war genau hier drauf. Ja, der Spray-Schüsse ist nicht auf Distanz, Jojo. Das hab ich schon tausendmal gesagt. Ah, ich weiß nicht. Spray und mich abgenut. Bei der Shotgun werden 10 Kugeln auf einmal geschossen, als die Chance höher, dass eine trifft. Entschuldigung, aber wehrt mich. Verstehst du gerade die Logik dahinter? Ich gebe einen Schuss ab. Das heißt, ich spray nicht mal. Ein Schuss sprayt aber immer auf Distanz. Das heißt, wenn du ihn schießt, dann kann es sein, dass der ein bisschen nach links oder rechts abdriftet. Ich spür auf den Deto gut. Als ob das Spiel so eine Engine hätte. Das hat so eine Engine. Das ist die Source Engine. Und die Source Engine benutzt auch CSGO. Und CSGO hat ordentlichen Spray. Ja, CSGO. Ja, danke, einer der noch dagegen ist. Trotzdem ist es die Source Engine. Ich spür auf CSGO. Trotzdem ist CSGO auf den Arsch. Geh mal rein da. Ja. Die Lächter. Ich liebe dich. Mit Russen und Hackern zugepuncht wie sonst was. Ja. Da ist keine Falle drin. Musik in meinen Ohren. Ich hab sogar einen Account, der alle irgendwie Russen abpackt. Der heißt XXXPUTINXXXX. Ich hab Angst vor kleinen Engräumen. Könnten wir bitte wieder beim Spielen bleiben? Danke. Zerabot, geh da rein! Nein! Ich hab klaut eine Fubie Exer. Joa ist das immer geschlossen. Ich hab ich nur etwas runtergesprallen. Exer, ich hab klaut eine Fubie. Nein! Das war die Falle, glaube ich. Das war die Falle. Wann haben wir nicht in den Trader-Tester gehen? Wann machen wir nicht in den Trader-Tester gehen. Was hab ich gemacht? Ja, ja. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja. Das war die Falle. Dann hat sich jemand meine Intensität geklaut. Das war die Falle, die ihn umgebracht hat. Ich steh jetzt zumindest auf dem Tester gehen. Ja, ihr kl resistance sind nicht zu. Warte! Warte! Warte ich komm ja, aber wo ist der Tester? Ich spiel nicht ohne Tester, wir spielen mit Tester hier. Echt? Wer spielen wir denn noch mit B-Tester? Wo ist denn der Tester? Mit B-Tester, guter Joke. Exo, wo ist der Tester? Der ist hier in der Etage. Was ist das denn? Wo bist du? Gibt's nen Tester? Ja, das Ding sieht so aus wie der Teleporter ist Doktor Hu. Scheiße, gibts ne Bombo weg hier! Was? Bombo? Nein, die Bombo. Okay, also wenn die da herkommen, dann ist da wohl die Bombe. Ich werd von der Brutt sterben. Die ist beim Tester. Ich glaub's ja, aber das ist wirklich. Aber warum soll die nicht sein? Tester hier in der Tat gibt's auch so wie. Und aus dem letzten seit ich da reingehe ich nicht mehr raus. Wenn das den in den 45 Sekunden nicht explodiert da oben, ne? Dann ist es nee, weil der das Radio eingesetzt hat. Man kann's auch auf über 50 Sekunden stellen, das weißt du schon. Auf zwei Minuten. Das weißt du schon. Exo, Exo. Du wolltest nicht in die Tester gehen. Bevor du jetzt schießt, ich war vorher im Test und kam da nicht mehr raus. Darum geh ich nicht noch mal rein. Wenn du drinst, dass ist scheiße. Ach, wow. Glaubst du mir? Da geh und vielleicht der Tester geh. Genau. Das ist, das ist... Trotzdem denk ich, dass du's bist. Du denkst viel, du sollst aber nicht denken. Hab ich dir schon mal gesagt. Die Bombe ist schon explodiert grad eben. Exo, nicht nachdenken. Genau, nicht nachdenken. Das ist ein Dete bisher, nicht oben. Der wollte den in die Bombe locken, glaub ich. Die ist nämlich gerade das explodierte, der sagt, die wär eben schon explodiert. Hm. Ist ja. Ne, ist Aussage. Ich glaub, die Bombe ist eben explodiert. Aber hier ist jemand gestorben. Hi Flori. Hi Salvo. Nol, das Ding hier ist du. Hier ist jemand gestorben. Ich hab ne Wincher, es wird ne Sniper, oder? Ja. Wo ist jemand gestorben? Und es heilt sich. Okay. Darf ich weg? Ist da ne Bombe gestorben? Äh, ach so, ja. Das kann ich mal nachgucken. Zerobot, geh jetzt in den Tester. Ja, Explosion. Mann, du kannst doch auch, wenn du stalken. Geh in den Tester. Ich will dich in den Tester. Ich will dich in den Tester. Ich will dich in den Tester. Ich will dich, mein Fester. Nein. Geh du in den Tester. Ja, wo ist denn der Tester? Hier. Ach da. Hier ist auch ne Bombe. Ja, dich hör ich aber auch mit. Schwer, der dürft nur eine Bombe holen. Äh nein. Könnte ich mal wieder rauskommen? Könnte ich mal wieder rauskommen? Mach doch gleich wieder aus, Uri. Weeper ist inno. Ja, Weeper lebt. Weeper ist inno. Nee, ich habe einen in der Rat. Die macht schon wieder aus. Die Tür. Ja, der ist. Ich habe den wiederbelebt und der ist weg. Was, er ist weg? Vielleicht sucht er jemanden. Der ist weg. Ja, die Stimme des Toten sagt, ich bin mal wieder durch die Gegend geportet worden durchs Wiederbeleben. Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Wiederbeleben funktioniert nicht. Kann das sein? Keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es bei mir nur nicht. Übrigens, Snail ist sehr wahrscheinlich Traitor, weil er eben meinte, die Bombe ist da oben gewischt. Warum verfolgt ihr mich? Ich will hier nur runter, weil Snail da oben ist. Äh! Gleich ist es aber gar nicht. Ich kann gerade nicht schreiben, wer es ist, weil ich weiß, wer mich getötet hat. Deswegen sage ich es mal so, derjenige hat mich mit einem Fass explodieren lassen. Und spielt gerne mit Radios. Äh, dann ist es. Okay, es ist klar wer es ist. Ähm, ich würde sagen, der Jens ist zum Abschluss vorbei. Ich glaube nicht. Wer ist denn Jens? Ja. Ach so, Snail ist umgedreht. Sehr gut. Sehr gut. Ach, was ist das denn? Das ist ja... Ich bin ein Klub gewesen. Ja, gut gemacht. Du warst schon Klub, weil du vorhin in den Tester drin warst. Hey, ich wurde sofort trotet? Ist ja der Wahnsinn. Ach, er hat... Du hast doch einen Klub gegeben. Ah, mein Kollege... Gib auf! Du bist... Du bist noch nicht tot, ey. Und jetzt muss er aber schweigen. Ich glaube, ich war tot. Ich glaube, der zweite ist Cyberbot, glaube ich, weil die zusammen gelaufen sind. Ich denke, es ist Cyberbot. Ich denke, es ist Cyberbot. Ja, ich mache mich hier doch. Ja, ich mache mich hier doch. Ich denke, es sind alle runter. Flori, warte mal. Exit, du... Du... Du kannst mich mal. Aber ganz ehrlich. Ich habe einen Trader getötet und war testen. Ja, ich war... Ich war auch testen. Ich war inno. Hey, du hast nicht getestet. Doch, ich habe mich getestet. Cyberbot kannst es bestätigen. Er hat ja... Er hat mich nicht getestet. Es war grün. Ja, Cyberbot hat sich nicht getestet. Wie weißt du? Cyberbot... Weil ich da den letzten Zeit gestankt bin. Ich will mich doch mal testen. Also, ich bin auf jeden Fall. Wobei Cyberbot... Cyberbot hatte mich auch töten können im Tester. Und er hat die Tiere aufgemacht. Ich glaube... Die Tür ging automatisch ab, Flori. Achso. Ja, aber trotzdem warst du direkt vor mir. Und das ist die Möglichkeit, sich abzunehmen. Weil ich letztens schon mal festgestackt habe. Na und? Dann gehst du die Zeit testen. Wir sind auch nicht festzacken geblieben. Wann war? Ja. Und Reaper zieht dich Notfalls raus. Nee. Weepa... Ist er denn noch bei dir? Weepa ist selbst vor mir. Ist das ex... Was hat der Schuss zu bedeuten, Weepa? Willst du damit... Na toll. Sagen, dass du weißt, wer es ist? Weiß... Ach, schade. Nein, er weiß nicht, wer es ist. Schade. Da ist Navo. Jojo lebst du noch? Jojo redet die ganze Zeit. Aber... Er lebt nicht mehr. Cyberbot lebst du noch? Ja, Jojo ist doch, glaube ich, tot. Cyberbot Navo oder Jojo? Äh, äh, Leute. Ich habe gerade ein Radio gefunden. Das war's, nee. Ach ja. Nee, Jens. Es war kein C4, der hat ein Dings... Ja, Jens war... Äh... Hä, wer ist Jens? Jens? Lol. Lol. Wer war der Letzte? Doch, Cyberbot. Doch, Cyberbot. Doch, Cyberbot. Doch, Cyberbot. Was hast du gemacht? Warum hast du mich nicht abgeschossen? Ich habe die Leute... Weil die alle rumgelaufen sind. Es war doch klar, dass Cyberbot ist. Der wollte nicht testen gehen. Ich habe den Nachschreiben angeboxen, weil er nicht testen gehen wollte. Ich wollte mir... Ich wollte mir... Ich wollte mir... Ich wollte mir doch vor der Runde... Als ich gesehen habe, ich bin T, wollte ich mir echt einen Deadringer kaufen. Ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe. Weil ich es dann gemerkt hätte. Aber zahlabaut. Ich habe so gute Vorlagen gemacht. Und dann wäre ich einfach im Deadringer gewesen. Ja, ich hätte nicht geschlagen gewesen. Wäre es im Deadringer gewesen. Ja eben. Ach ja. Ich wollte mir einen kaufen. Da habe ich mir aber auch keinen gekauft. I don't know. Hallo. Also ich gebe euch einen Tipp. Belebte Weeper... Das funktioniert nicht. So gut. Wann war, wann war, wann war, wann war, wann war, wann war. Wann war, wann war, wann war. Wann war. Bleib stehen, wann war. Ich brauchte mich dann immer zurück im Detective, wenn ich wieder belebte. Da ist ein Fass. Gingseitig testen. Gingseitig testen. Ja okay, können wir machen. Dann mach ich. Ist halt... Äh, what? Ähm, das war mega gefährlich, Exe. Warte mal. Ach so. Hallo, Snape. Ähm. Du hättest ihn beinahe getroffen. Was? Ich hab dich nicht mehr gesehen. Cyberbot ist auf jeden Fall Inno. Ja, ich kann's bei dir auch gleich beweisen. Ist er grad'n Schuss ums geflogen? What? Keine Ahnung. Ich hab' nichts gemacht. Ich war bei... Ich war bei Exe und Exe hat sich grad' weggedreht. Ja. Ich hab' mich weggedreht. Wir waren mal nachgucken. Äh. Also Exe und ich waren's nicht. Äh, Snape, hast du das grad' hier hergeworfen? Äh. Warte, komm mal kurz. Ist das dahinten? Äh. Warte, Snape! Lass mich! Hä? Nein, Cyberbot ist doch Inno. Schieß doch nicht auf mich! Ja! Immer wird man dann abgeknallt. Entschuldigung, Inno. Aber... Darf du? Wir sind... Wir sind beide proven Inno. Das ist wahr. Du hast auf mich geschossen. Ja, wir sind auch hier geproofen, Inno. Wer kann die Kuster? Du kannst doch gerne mittesten, Navoka, wenn du willst. Du kannst auch noch mittesten. Wir können's dann bestätigen, dass du Inno bist. Das wisst ihr doch jetzt eh schon. Ja, jetzt wissen wir's schon. Äh, da hat jemand ein Baby runtergeworfen vom Dach. Doppelsicherheit, weißt du? Doppelsicherheit, weißt du? Doppelsicherheit, Navo. Weißt du? Doppelsicherheit, Navo. Guck mir echt leid, Navo. Also vom höheren Dach. Okay. Warte, wer ist jetzt alles proven? Cyber und Vanva, ne? Ja, wir haben's jetzt getestet. Wir sind beide. Ja, und Navo kann ja auch. Ja, Navo ist auch. Aber ich glaub, euch nicht unbedingt, weil... Kann jemand nicht testen? Ja, wir können hier eine testen. Warte, 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 warte. Gehen wir doch zum Tester und du kannst zugucken, Navo. Obwohl, ne, doch. Ich weiß grad nicht, wo der Tester ist. Ich weiß grad nicht, wo der Tester ist. Ich kann's bei Vanva beweisen, der kann schon nie beweisen. Nee, nee, gar nicht mehr. Kann nicht jemand testen? Ah, nein, es ist... Ich bin beim Tester. Es ist? Also Exo oder Flori? Ja, Flori ist grad im Tester. Na. Okay, Navo. Flori ist auch inno. Flori ist auch inno. Hat Navo den Traitor-Tester gefakt? Flori ist inno. Dann ist Exo, oder? Hä? Vanva hat doch grad Navo gerufen. Habt ihr's nicht gehört? Da kann man den Traitor-Tester irgendwie faken. Ey, Dete nicht zugucken. Nein. Dete! Flori! Flori, wann wohnt ich denn inno. Der Dete wird tot sein. Weil der Dete guckt mir grad zu. Was hast du auch den Hut meint da drin gehabt? Ja, der Hut ist grad in mir drin. Nicht Leute spektakern grad. Aber Vanva hat Navo berufen. An die Stimme aus dem Jenseits sagt bitte. Der Dete generell liegt umflieh, als wir hier in die Sichra gehen. Ja. Okay. Ja, Exo. 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 Seht schlecht aus für dich. Und an der Jujo ist Dete. Sorry. Mann! Nein! Fuck! Flori! Danke! Wenigstens einer kriegt Sinn. Ja. Du hast mir umgesprungen so. Da, 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 da. Links, rechts, links, rechts. Danke für den Discuser. Wenigstens nochmal bitte, der Detektiv nicht, äh, spectaten, sondern halt rumfliegen dann. Wollte ich denn das wissen? Ja, ja, deswegen sag ich's dir nochmal. Übrigens, Exo. Ich war gar nicht im Tester. Ich hab den Traitor erschossen, deshalb war ich oben. Ja, wir haben, das haben wir kurz mal gesagt. Ach so, ja gut. Ich hab mitbekommen, dass du im Tester warst. Nein! Ne, ne. Wir wollten sie noch mal, wir haben gesagt, wir gehen noch mal in den Testen. Sie können zugucken, dass wir endosen, weil es uns nicht glauben wollte. Ach so, ja gut. Wann war ich und Flori waren im Tester und waren alle endos? Ach man, ich hätt die Leiche von, äh, Nao verstecken sollen am besten. Äh, ja, du wär vielleicht Blüge gewesen. Möglicherweise. Wär aber trotzdem aufgefallen halt. Hm. Ich fand das halt nur so lustig. Ich dachte mir so, Es fällt so, dass Nao, das Nao nicht alles spielt. Echse sagt die ganze Zeit, Nao muss es sein. Da denkt man sich, hm, dann ist es bestimmt Echse. Ja, da denkt man sich Echse. Wäre gut möglich, ne? Also könnte man sich fast vorstellen. Ja, wenn du Nao rufst, dann bist du eher wahrscheinlich... Naja, ich hab ja nicht Nao, ich hab ein angerissenes Nao gemacht. Loll. Da ist noch ein Fass. Oh, da brennt's. Boah, ich fliegt. Was kann ich hinfliegen? Okay. Okay. Das ist extrudiert. Ja. Aua. Entschuldigung. Aua. Aber guck mal, da kommen grüne Wolken raus. Ich sterbe gleich. Die sehen voll episch aus. Guck mal. Loll. Boah, mir erheblich von der Wolken. Hinter mir? Nee, er hat sich grad selbst umgebracht. Irgendwo ist einer gestorben hier an der Explosion. Ja, das ist... Nein, nee, ist runtergesprungen. Hm. Nee, ist runtergesprungen. Er ist doch runtergerufen von irgendwem hier umgebracht. Guck doch nach, der hat Fallschaden. Aber hier kommen Giftwolken raus. Da hast du ne Gasgranate. Hast du genau ne Gasgranate hingeworfen? Ja, nee, ich hab das Fass explodieren lassen und dadurch ist irgendwas kaputt gegangen. Aber ist das fast ne Traderfalle? Nee, ich hab da drauf geschossen. Wieso konnte ich's da nicht abschießen? Weil du vielleicht nicht getroffen hast? Weil ich hab volle Kanne mit ner Shotgun durchs Ding durchgeschossen. Wow. Ey, man kriegt die Damage, man kriegt die Damage. Wo kriegt man Damage? Wo kriegt man Damage? Wo kriegt man, wo kriegt man Damage? Ich glaube zu 99% des Narbo. Ich glaube auch das Narbo ist. Das Fass giftige Dämpfer austreten ist nicht normal. Ey, warum... Das ist ein Giftfass? Das steht sogar für Danger und Nuklearzeichen. Das ist ein normales exklusives Fass gewesen, als ich da drauf geschossen hab kam. Da ist nix passiert. Dann hat nach wo irgendwas gemacht... Oh, sorry. ... ist der Gift rausgekommen. Alle, alle stehen in einer Reihe und wollen alle hoch. Ja, Jujus. Ich werde... Hier kam grad ein Schuss rüber. Ja. Äh, da war mal, war mal unten. Exe, exe ist es. Das ist ne Glock, mit der ich keinen Schuss abgefeuert hab. Ne Glock. Neben mir wurde grad jemand gemestert. Ja, dann töte den, der den gemestert hat. Ja, hier ist er, exe. Äh, Cyberbot mein ich, sorry. Oh mein... Fuck! Alter! Ja, und exe steht da. Ich bin's nicht. Können wir jetzt Cyberbot für dich finden? Ne Glockenzeichen nachladen! Navo, Cyberbot! Du bist der einzige, der abgelift hat. Ja, Alter, die KP! 22 KP! Oh Mann, ey! Ja! Was hattest du für ne Waffe? Eine MP5. Wie bin ich denn bitteschön verreckt? Ich war auf einmal Puff-Tot. Aber Navo schön gedeifft. Mann, ich wollte das Messer werfen und guck, dann drück versehen die Glicke Maustaste, dann will ich ihn abstechen, dann drück versehen die Glicke Maustaste. Könnte wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ach, das war bei mir nur ein Versehen, oder wie? Nein! Navo hat sich gemessert. Hä, nicht du? Ne, ich wollte Jojo messern. Hä, ich hab Navo gar nicht gesehen. Ich hab Florian hier gestanden. Ich bin hinter dir über das Stinks geklettert und dann von hinten an nicht wahrn. Aber ist das ne Trader-Falle gewesen mit dem, dass man beim Tester stirbt? Na, aber ist noch ne Trader-Falle von dir, oder? Das fast ja. Ah ja, okay. Weil das hat man ja nicht gesehen. Man kriegt mit dem Schaden, der Double Barret ja nicht mal... Ach, dann stirbt man im Tester und das ganz unten kaputt macht. Ja, ne, ne. Man stirbt nicht. Äh. So, ich schüsse jetzt auch random Leute an. LOL. Nein. Da hat jemand geschossen. Nein, er hat gerade Snae angeschossen. Äh, Snae ist fast tot. Äh, Snae ist fast tot. Ja, deswegen. Snae, möchtest du ein Erz? Jemand ist tot an einer Traitor-Falle gestorben gerade. Ja. Ein Traitor? Hat Snae sich selbst umgefasst? Loch! Snae hat sich wieder selbst so gejagt. Keine Ahnung, hier ist gerade irgendwo ne Leiche. Achso, warte. Ich muss irgendwo ne Leiche hin. Ja. Aber jemand ist... Der Täter ist tot. Achso. Das ist ungünstig. Warte mal. Ey, was hat... Was hat er hier für ne Waffen-Shotgun? Okay, der Täter... Mist, da waren wir... Wer... Wer hat den... Den Asker? Da, da. Ich hab ihn. Ah, nein, das ist... Ach, Reaper. Mein, Sir. Mein, Sir. Ey, ich bin angeschossen! Ja, Exe. Neben mir den Nabo umbringen hilft nicht recht, ne? Wo warst du denn? Ich dachte, Cyber wäre der Zweite. Sag mal, wo warst du denn da? Du warst doch gar nicht mehr in der Ecke. Doch! Ich bin da rausgelaufen, dann rechts und stand hinterher. Dann sagt Nabo... Du und Nabo seid die Einzige in der Ecke. Weil du stirbt Nabo... Ach Mist. Die Logik. Exe. Ach, schade. Ja, aber ich... Du warst überhaupt nicht mehr da. Ich wollte dich noch von deinem Elend verlösen. Achso. Ich war keine 15 Meter weg. Nicht mal... Nicht mal 10 Meter. Ich war einfach nur in die Ecke gelaufen und hinterm Pfeiler gestanden. Ich habe erwartet, dass du aus der Richtung kommst und ich dich dann erschieben kann. Wenn ich den dritten Meter wünsche, dann denk mir so... Ey, das was du gemacht hast, das war ein Selbstmordattentat oder auch nicht? Warum müssen wir... Was? Er ist sprachlos. Ja, vielleicht muss ich ihn mit Jens ansprechen. Den Typen in der Haus. Wenn ich... Wer ist es dann? Ja, war Selbstmordanschlag. Äh... Kamekatsu. Wenn ich sterbe, ist Mr. Warf. Der neue Gagrunner. Wer ist Jens? Wieso das denn? Wo ist denn der Fass hin? Mein Fass weg? Wer will sie vom Data aus testen lassen? Wer will sie? Der Data aus testen lassen. Wer will sie? Wer will sie? Mein Fass ist weg. Wann hat mein Fass verschwinden lassen als Traitor? Der Data... Der Data macht die Traitor-Tests. Wer will sie? Ich bin Zauberer nicht. Hören sie. Ich hab gar nichts gemacht. Das war Navo. Hä? Ich war bei Juyo. Und ich vertraue Juyo. Hey! Ich hab nichts gemacht. Das ist ne Traitor-Falle, Juyo. Äh, warte, 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 warte. Hey, ich hab keine Kreative. Navo ist hier bei mir. Navo ist vor dem Data. Navo ist vor dem Data. Ja. Nein, ich hab keine Kreative. Navo, geh rein, Tester. Warum? Äh, weil du musst, sonst geb ich dir nen Headshot. Ach, Mann, oh. Uh! Orientierung verloren. Nimm dich. Ich komm mal mit zum Tester. Ich muss den Nuller finden. Ich weiß, wer Weg sein ist, ne? Ich glaube, er ist da. Oh, ich fühl mich sicher da, Cyberbot. Ja. Warte, 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 warte. Jojo ist inno und Navo ist inno. Ne, mach gleich nur. Jojo und Nava, das heißt, ihr Vanva oder Florian. Hä? Die Runde 499, ja? Was? Huiiii. Egal, was du da macht, ich springen darf. Navo, Sam und Reba. Und Reba ist das? Was? Was denn? Was denn? Ja. Navo, Jojo und Vanva sind alle mal Crew. Der ist im Deadwinger. Reba ist im Deadwinger. Der ist im Deadwinger. Also Florian und Exeter. Was für'n Traitorraum. Ne, Reba ist auch noch. Ich hab' nicht in den Traitorraum reingeportet und jetzt bin ich wieder rausgekommen. Irgendwie hab' nur 13 HP und Reba im Deadwinger im Traitorraum. Ich hab' ihn abgeballert, aber der, lol. Da oben sterben Menschen. Ich hab' nichts gemacht. Ich hab' nichts gemacht. Du bist tot. Das ging zu einfach. Der ist noch da. Ich hab' keine Credits. Ich hab' es nicht. Reba ist ja im Deadwinger irgendwo. Ja, das bei mir. Nein! Doch! Hast du links, Florian? Scheiße! Scheiße! Scheiße, Scheiße! Keine Ahnung. Gott sei dank. Gott sei Dank. Danke, Rieper. Wie bist du so schnell dahinter gekommen? Ja. Ja, hat er. Sag mal, Rieper, wie bist du so schnell dahinter gekommen? Bitte, was? Wie bist du so schnell dahinter gekommen? Wie dahinter gekommen? Du standst vor was? Den Dead Ringer. Äh, kein Plan. Ich bin durch den Porter, bin rein in den Room und war drinnen halt. Hätte ja auch jemand anders sein können. Deswegen war ich etwas verwirrt am Anfang. Hätte direkt schießen sollen. Ich geh wieder testen. Wenn ich wieder, wenn ich die Runde hab. Oh, nein. Wolltest du dich mit in den Room holen? Also Sag mal, was willst du jetzt testen? Sag mal, was willst du jetzt testen? Wolltest du mich mit in den Vader Room holen in Absicht? Wolltest du mich mit in den Vader Room holen in Absicht? Nein, ich hab Angst vor Jens. Ich hatte eigentlich vor, dich da rein zu lassen, ja? Sag mal, was willst du mich testen? Ich hab Jens-O-Phobie und der geht beim Tester. Jens-O-Phobie. Jens-O-Phobie. Der steht vor dem Tester. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Nein, es funktioniert nicht. Das ist, das ist der große Bruder von... Jens, 2, 3, 4. Äh. Wow! Das ist ein Motor, keine Leiche. Äh, der ist sogar beim Tester. Was? Der Tester. Ich geh testen. Das ist wirklich lauter. Wow, nein Jens! Nein! Oh, hey, wann da. Haha, grün! Nein, nein, nein. Aber hier draußen brennt's. Ich geh nicht raus. Oh, hier brennt's rein! Ja, ja, ich bin gekommen, um aufzu- Äh, hat mir die Identität gerade geklaut. Äh, ja, der Dete brennt gerade Helos ab. Luhn! Läuft! Jens! Waaah! Wazwärmer! Du willst den Huhn werfen, wer auf den Affenhuhn da rein war. Kauf den! Ich kann mir keinen Huhn kaufen. Okay, jetzt saugtod. Der Dete 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 saugtod. Hey, Nabo hat den Feuerlöscher! Ja, da läuft keiner. Da brennt Nabo. Nabo da drüben brennt. Ach, das ist Nabo und Cyber. Ich muss Feuer löschen. Ich muss Feuer löschen. Äh, da kommt Gas raus. Was, wo? Da ist doch irgendwie so, ich seh so ein grünes Zeugs. Ja, ich auch. So, jetzt ist das Feuer gelöscht. Professionell. Ich glaube, man kriegt Schaden. Professionell war Nabo gelöscht. Ich habe professionell gelöscht. Ja, professionell. Ganz professionell habe ich das. Alter, wie lange brennt denn das? Ewig. Ewig. Feuer Magic. Oh, das fällt auseinander hier. Das kann nicht. Geh mal Data Confirm. Es bröselt. Nimm Schaden. Nimm Schaden. Nimm Schaden. Nimm Schaden. Das ist halt so ein typischer Trabi. Oh, das scheiße. Das ist das Gift. Ja, sag ich doch, hier ist Gift. Das bröselt. Ich stehe so drin, ich habe 43 Light noch. Ja, ich kriege in ewiger Entfernung noch über zu viel Schaden. Ja, ich sage, äh, Reaper und Snail sind tot und wir können Reaper nicht confirm. Soviel zum Thema, wir lassen uns auch confirm im Traitor-Tester. Fuck. Oh, shit. Ich darf nur auf deiner Zeit und sie kenne paths. Ah. Aber ich kann auch auf jeden Fall machen. Ich komme dann zum Thema. Ich muss immer zum Thema erlen. Ich will ja das noch mal sehen. Ich will ja sagen. Du! Du! Nein. Ich kann mich jetzt auch suchen. Gerade da. Wo? Äh hinten unten irgendwo. Hinten und unten, auch toll. Hinten und unten, auch toll. Ja, ja. Das hilft dir voll weiter, ne? Ja, total. Äh... Ich weiß, wo du bist, Jojo. Ich glaub, du hast dich dahinter gebackt, oder? Ja, du hast dich hinter den Zaun gebackt. Ja, ist genau da, wo ich die letzte Runde... oder in der Anfangsrunde... Naja, ich bin noch ein Stück weiter, besser positioniert. Ne, ne, ich war am Anfang auch an der Stelle. Äh... Alter, Jojo. Was denn? Muss ich jetzt auch außerhalb dem Map packen? Darf ich nicht? Nein. Aua! Oh mein Gott. Mano! Nein, nimm ernst. Wo ist denn der jetzt? Das ist jetzt gemein. So, Reaper wollte mich grad teleportieren in der Sekunde, deswegen hab ich den ersten Schuss gefailt. Alter! Dann hat der eine Sniper, oder? Das ist der Sniper, oder? Sag mal, Sniper-Bot, hast du ein Sturking-Gevice? Nein, ich hab noch mehr Pumped-Action, warum? Bei mir war es unsicher. Ich ging ja lang, plötzlich bin ich tot. Ich bin hinter dir. Hä? Ich war hinter dir direkt. Ich bin halt mit hinter dir gelaufen. Ach, du warst hinter mir in der Schusskammer von vorne bei mir. Vielleicht sind die Kugeln durch dich durchgegangen. Das ist nicht wahr. Mano. Ich bin so, wenn man sich rauskommt, der Map hinstellt. Ich hab da gerade Munition hingedroppt, weil ich die Shotgun haben wollte. Und dann hast du meine Munition gleich mit eingesammelt. Was? Ich bin behindert, wenn ich rauskommt, den wir pinchen stellen. Ganz ehrlich. Ah, der Sniper. Ah, der Sniper. Oh, der ist Fass. Warte, warte, warte. Das böse Fass muss in Luft gejagt werden. Bist du jetzt daran gestorben, Navo? Nein. Ey, Navo hüpft hier doch hoch gerade. Wer ist da? Da liegt doch noch Stuttgart-Munition, hier geht doch einfach um die Ecke. Nein, ich will den Feuerlöscher haben. Da umgehen. Aber ich hab einen gefunden. Ich stricke jetzt mit meiner Stricker. Stricker? Du strickst jetzt was? Du strickst mir einen Schal? Ja, ich stricke mir einen Schal. Mit meiner Stricker. Ja, viel Spaß. Bei wem? Bei wem? Wenn es irgendwie brennt, dann ist es nicht die Feuerwehr. Bei wem ich stricke. Wow. Hier explodiert's. Hey, wer ist der? Der Sniper? Sniper, wollen Sie einen Schal haben? Oh, hier brennt was. Ja. Ich hab ein Feuer gefunden. Ähm, ja. Okay, was heißt der? Ähm, ja. Ich will einen Schal haben, das. In Regenbogenfarm. Rainbow. Schal. Oh Gott. Ein Jojo. Ein Ripper. Jojo. Ein Jojo. Er wirft ein Jojo. Nein. 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 Ey, hier war ich ja noch gar nicht. Er wirft ein Jojo. Nein. Er ist ein Jojo. Er wirft in die Arme. Jojo. Hallo Navo. Hallo Navo. Warte mal, ich muss noch ganz kurz mein Kommentar dazu abgeben. Ich bin die Feuerwehr. Ah, Echse, Echse. Als Klang nach. Echse hat sich als Reaper getarnt. Ich bin nicht Reaper, nein. Echse hat sich als Reaper getarnt und Nase und Reaper umgebracht. Als wenn ihr Reaper seht, abknallt. Ich seh nicht. Wenn ihr Reaper seht, abknallt, hab ich gesagt. Oder wenn ihr Reaper, Navo oder Echse seht, abknallt. Die sind confirmed dead. Darf ich jetzt wirklich alle von der Striker wegmachen? Ah, Moment mal. Natürlich, man kann nicht mal mehr geradeaus laufen in dem Dreckspiel. Ja, beim Ende muss auch den Skin nachmachen. Nicht nur als Reaper rumlaufen. Das Skin wird doch nachgemacht, oder nicht? Nein. Eben doch. Äh, nein. Nicht? In der Feuerringrunde doch, das ist manchmal verpackt. Aha. Jojo, lebt's noch? Jojo. 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 Okay, da ist der Sein Köln, den ist entgegenkommen, ja? So many� rope campaigns, aber da contar. Ja, da 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 da. Ach der Flory! Flory! Ich fängs nicht kurz mit Lassen an! Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss!